Wie findest du meine Kombination? Passt wunderbar zu meinem Pulli. Ich seh aus wie ein Gladiator. Ja, guten Morgen meine Lieben! Ein Gladiator im Hintergrund und eine frisch mit gewaschenen Haaren Patricia Page in der Kamera. Yeah! Versuchst du irgendwie so einen Werbespot nachzumachen oder sowas? Sag's gut aus. Ja wunderbar, vor allem als du in die Knie darfst du bei... Ja, guten Morgen meine Lieben! Ah, ich hab's geschafft meine Lache zu ändern. Echt? Wie ist sie jetzt? Oh Gott! Und? Blut? Sehr gut! So meine Lieben, mir ging's heute Morgen nicht so gut. Kreislaufprobleme, jetzt ist alles wieder okay. Aber dadurch habe ich nur geschafft meine Haare zu waschen. Und die Nägel mit einer Schicht von so einem Nagellack zu machen. Das hilft, dass die Nägel nicht mehr kaputt gehen. Und ja, es hilft wirklich. Ich bin total begeistert. Und jetzt holen wir die Kinder ab und ich brauche Waschmittel, denn Waschmittel ist alle. Ich wasche ja, glaube ich, ein bis zwei Waschmaschinen täglich. Wann fiel ich... Mama? Wann fiel ich... Wann fiel ich... Wann fiel ich... Wann fiel ich... Mama? Ja, Schatz? Ich hab dir Esel versprochen, dass... Wenn mein... Ich... Hallo, ich hab dir Esel versprochen, wenn... Wenn mein... Ähm... Wann hast du geschrieben? Ich hab ein Bild von Esel geschickt, wie sie... Ich hab Bilder gemacht. Okay. Hier. Hahaha. Aber ich darf dann auch so ziehen. Ich hab nicht... Haben die Mittagstisch oder sowas? Äh... Wo? Ja, der Mittagstisch, ja. Was ist das Mittagstisch? Ja. Mittagstisch. Mittagstisch. Ganz schon voll. Warum ist sie jetzt so voll? Irgendwie ist heute Fußball, aber um wann genau weiß ich nicht. Nee, das ist doch bestimmt wegen... Zitrone. Stadtfest? Ja? Aber hier ist auch Zitrone. Ach, der ist abgesperrt. Ja, der ist abgesperrt. Nein, abgesperrt. Die bauen da jetzt. 16. Freitag, heute machen die auf. Dann ist es auf. Ja, ich hab nicht gesehen. Ich hab nicht geguckt. Auf diesem Trakast hab ich nicht den Monat gesehen, aber... Mai, Mai. Mai. Ja, dann vom 9. bis 19. oder sowas. Ja, bis Samstag. Bis Sonntag, mein ich. Oder Montag. Wann ist der letzte Tag? Immer Montag bauen die dann ab, ne? Mittag. Echt? Ich weiß, was aussieht. Warte. Nicht Internet-Kennschatz. Nein, ich bin mir Kommentar. Ja, Montag, letzter Tag. Der kann doch vorbeifahren. Mach doch mal vorbei. Okay, es ist ein Mädchen. Aber der ein Junge, ein Junge. Der? Ja, nein. Einer. Ja, nee. Das ist nicht. Ja? Dann fahr weiter, Schatz. Nein, ich gucke. Das ist nicht. Das ist nicht. Nein, das ist nicht. Kann schön sein. Sie haben ein großes Auto. Ja, manche Jungs haben auch lange Haare. Das ist nicht. Ich bin ein weines Mädchen. Das ist jung. Kann ich rausgehen und gucken? Ja, genau. Nein. Hast du mein Handy, Schatz? Ja. Ich bin ein Knie-Knie. Ich komme auch schnell, Mark. Ich bin ein Knie-Knie. Ich habe sie ausgesehen angeschaut. Es ist wichtig. Ich muss lesen, was du haben willst. Ich muss dir vorlesen, was du haben willst. Magst du Hühnerfleisch? Nein, nein, nein. Verschiedene Gemüse? Ich mag sie sehr haben. Trägst du meinen Schatz? Eiernudeln? Die weiß nicht, was Eiernudeln sind. Wirst du das Eier mit... Nein, Nudeln. Nudeln mit Eier gebraten? Das hört sich ja an wie ein Meisterwerk von mir. Das wisst ihr nicht. Du weißt doch, dass ich das habe, wie wehgetan. Ja, das war dann zu Hause. Nicht, das war ich dir noch an. Ja, aber das war zu Hause. Nee, das hat sich dann nochmal ein bisschen wehgetan. Ja, und das auch, weil es war bald zu Hause in Ruhe. Isel? Nee, das ist ein bisschen... Isel, was willst du werden, wenn du groß bist? Ich weiß es, ich weiß es. Oh, eine Prinzessin. Eine Prinzessin? Das bist du jetzt schon. Super, Julia. Was willst du werden, Natalia? Ich will Zahnärzte werden. Oh, okay. Mal eine kleine Santa. Vatilja, Bronze, sehr gut. Das ist gut. Große Cola. Das ist nicht. Die Soße, probier mal, die ist süß-sauer. Genau, probier mal. Die ist lecker. Ciao. Und, lecker? Aber es ist auch. Okay, hier hast du Cola. Und, so schließt ein Stück. Wo ist es so schön? Der hat mir immer so zu gefällt. Oh. Das, was dir schmeckt, als die Kinder auch bekennen will. Eine Tür. Hier für Sie. Schön. Eins. Für eins der Kinder, welches es möchte. Können Sie uns so zwei Teller bringen, dann können Sie sich immer davon was nehmen. Und das scharfe, das rote, die rote fast. Danke. Kinder, wir haben zwei Gerichte, ihr könnt euch dann das auf den Teller machen. Nein, absoluter Fleischesser. Und heute habe ich nur Lust auf Gemüse. Echt? Ja. Wie das aussieht. Wie viel essen. Ich fühle die Schmerzen nicht mehr. Echt? Jetzt bist du verrückt? Es ist ja abgehärtet jetzt. Ich will gleich mal deine Hände sehen. Nicht anfassen, Natalia. Es kribbelt. Wie sie kribbelt das. Zeig mal. Was ein Schock das war. Oh! Oh Gott, Edi, hör auf! Du guckst eindeutig zu viel Spartakus. Ja, ich bin ein Mann. Ich bin kein Neandertaler mehr. Kein Teller? Kein Teller mehr. Ach so, wo sind wir denn jetzt hier? In der Nähe von Darmstadt? Oder ist das noch Darmstadt? Das ist Darmstadt, ja. Das ist noch Darmstadt. Also wir wollten unsere Kinder jetzt ein bisschen von dem Fernseher wegkriegen und ein bisschen mit ihnen Zeit verbringen, da das ziemlich selten ist, dass wir nur zwei Kinder beisammen haben. Ja, die sind nicht umgefallen, Schatz. Das passiert in der Natur, das ist nicht schlimm. Ja, Pflanzen leben. Bäume leben auch. Isel, Schatz, die Ertelia wollte mit dir wippen. Was ist das? Die Kaffelrunde der Ritter. Okay. Ja. Aber das gibt es überhaupt nicht. Nein. Der Baba ist ein Ritter. Haben die da früher immer gegessen? Nein. Nein, ich glaube, das haben die einfach so als Dekoration gemacht. Giselle, Ertelia, da könnt ihr hochlaufen, Schatz. Da? Ja, da könnt ihr hochlaufen. Aber ihr, Schatz, da. Schatz, aber pass auf, bitte, ein bisschen auf die Isel. Da, wo die Isel ist jetzt, da gehen wir runter. Lauf mittig. Oh Gott. Komm. Komm. Blumen leuchtet schön Schatzi, also du mit deinem Gesang, du willst unbedingt Karriere machen Ich schicke sie zu dir jetzt Wieder Schnecken da gewesen? Ja Ist das der einzige Weg nach oben? Ja Oh Mann Wo geht's denn meine Königin? Hier Halt mal Gleich wird das Feuer fallen Schatzi, weshalb sich alle die Handtasche im Dunkeln kaufen Die wird dreckig Bist du lustig? Du bist so dick Oh Gott Die Kinder alle sprachen los Hier Halten sie ihre Tasche Halt sie nicht Ja, klar Spartakus hätte sie getragen Aber du kannst nicht laufen Du kannst nicht laufen So meine Lieben, wir fahren jetzt Oberwaldhaus Denn ich hatte keine Lust bei uns in Krumstadt zu bleiben Deshalb fahren wir jetzt ein bisschen weg Und die Kinder sind jetzt eingeschlafen Aber es ist 4 Uhr Kurz vor 4 Das heißt Die sollen nur einen Mini Mittagsschlaf machen Und im Auto schlafen die Kinder einfach immer ein Und wir fahren schon etwas länger Aber ich denke mal Es wird sich lohnen Wechsel war der Gefühl Es gibt andere Mädel Macht die Kamera aus Nein Achso Da auch Willst du rauskommen? Dann komm zur Mama Ja Hast du dich gerade an mir abgeputzt? Ja Wollen wir deine Nase putzen? Ja Ja Was haben wir denn da gekauft? Dosenpinguin 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 Also wir haben manche Sachen mit Aber Dosenpinguin haben wir nicht Silly mach Fisch Ei Ei Wir machen Vigi Vigi Ich bin die erste Wahl Ja Wenn ich nicht da bin ist sie die erste Wahl Hat er ganz kurz gegrisst Und dann Die Svenja auch Sie sind anders Ja Und Ich bin die Tülle Ei Ja 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 Darf ich diese Krux oder was das ist? Ja ja klar Selin was machst du denn? acces Selin Ähm Das ist bisschen schwierig Hm Hm Macht ihr wieder Quatsch? Nee, guck mal da! Achso, ja Schatz, wo waren wir eben? Bei der Sophie. Sophie? Bei der Biene? Mach doch mal andere. Okay. Welche magst du denn noch? Äh, es gibt Dröste. Es gibt Dröste. Es gibt Dröste. Mama, ist das so lang? Wir sind wieder auf. So meine Lieben, ich bin jetzt nach oben gegangen, weil bei uns noch der Fernseher läuft. Wir haben uns gerade mit frisch gemachtem Popcorn mit den Kindern hingesetzt und haben eine Zeichentrickserie geschaut. Heute war wirklich so ein reiner Familientag. Und ja, wir waren auch mit Freunden unterwegs, aber der Tag war wirklich an die Kinder gewidmet. Und ja, gute Nacht, ihr Lieben! Was essen wir gerade? Tieren. Was für Tiere? Käsi. Hinten. Hinten Tiere. Mhhh.